Hi Leute, herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten zu einem kurzen Infovideo und zwar wollte ich mit euch über die Safe Games reden. In den letzten zwei Jahren war es ja so, dass wir einen Safe Game Contest hatten. In dem Jahr möchte ich es einfach ein bisschen anders machen und zwar möchte ich keinen Contest machen, sondern möchte es ja einfach ohne Konkurrenz vorstellen, weil das Ganze zu langwierig ist über das gesamte Jahr hinweg mit den Votings und es ist ein bisschen mühsam. Aber das haben dann auch gar nicht so viele Leute im Endeffekt mit abgestimmt und ich denke, das Wichtigste ist einfach die Safe Games herzuzeigen, zu zeigen, was die Leute so erreicht haben, zu zeigen, was so möglich ist im FM, vielleicht auch Lust zu machen, gewisse Aufgaben zu übernehmen, die man sonst nicht übernehmen würde und deswegen würde ich sagen, machen wir einfach Safe Games, die wir vorstellen, mit irgendwelchen besonderen Dingen, die ihr geschafft habt, coole Dinge, die ihr erreicht habt. Es kann zum Beispiel sein, dass man irgendeine Challenge macht, zum Beispiel die Local Challenge, dass man versucht, nur Spieler aus der Region zu verpflichten oder nur Spieler von der Nation, in der man tätig ist. Da könnt ihr kreativ sein, es gibt auch einen eigenen Challenges-Bereich auf unserer Website, wo ihr ein bisschen Inspiration kriegen könnt und ich würde einfach sagen, schickt mir coole Safe Games, die ich dann vorstelle, zum Herzeigen für die Community und das ganz ohne Voting, ganz außer Konkurrenz. Da ist dann quasi einiges auch erlaubt. Ja, seid kreativ und ich glaube, wir werden damit ziemlich viel Spaß haben. Ich werde euch unter diesem Video einen Link einbauen, wo ihr dann quasi ein kurzes Formular ausfüllen könnt und idealerweise mir den Link dann per Dropbox oder sonst irgendwas zur Verfügung stellt mit dem Safe Game. Und ja, ich freue mich wirklich sehr darauf. Ich hoffe ja auch, wird sicherlich cool die Geschichte und wir werden dann wie gewohnt sonntags die Safe Games vorstellen. Ich glaube, dass das letzte Jahr ganz gut funktioniert hat und eine schöne Abwechslung zu den Let's Plays war. Und zweite Geschichte noch, Zockabend möchte ich jetzt eigentlich wieder machen. Ich habe es nur immer wieder nicht geschafft von der Zeit her, weil ich vor Weihnachten eben krank war. Dann war der ganze Weihnachts- und Silvester-Stress. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall wieder den Zockabend aufnehmen. Ich weiß noch nicht, ob ich es zusätzlich mache oder statt dem Part am Freitag. Das wird einfach spontan sein, wie es sich ausgeht. Also wird es immer wieder mal schwanken. Also ich hoffe, dass ich am Freitag, am kommenden Freitag schon den nächsten Fußballwelt-Zockabend starten kann. Ich freue mich drauf. Ich hoffe ja auch. Und ja, jetzt gehe ich FM aufnehmen. Bis bald, Leute. Ciao. Ciao.